Tobi, 3 zu 1 gegen Erfurt. Die Negativ-Serie ist gestoppt. Wie groß ist die Erleichterung? Wir haben, glaube ich, gerade gemerkt nach dem Abpfiff, dass wir alle die Arme hochgerissen haben und ziemlich erleichtert waren. War ein hartes Stück Arbeit. Hätte, denke ich, auch wieder anders ausgehen können. Erfurt hat gut gegengehalten, hatte auch Chancen, aber letztendlich ist uns das egal. Die drei Punkte zählen und wir sind erstmal wieder gut dabei. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, ich denke, man hat gemerkt, dass wir drei Mal verloren haben, dass wir dann trotzdem super rausgekommen sind, die erste Chance verwandelt haben und uns trotzdem ein bisschen die Sicherheit gefehlt hat. Wir waren lange gezittert, denke ich, bis in die Nachspielzeit und dann erlöst worden. Aber das ist so, wenn man so einen Lauf hat und das gehört auch dazu und dann muss man sich halt daraus befreien. Dein Tor aus deiner Sicht? Ja, ich gewinne hinten den Ball, spiele uns irgendwie nach vorne, super Flanke von Joe und dann muss man einfach nur den Fuß hinhalten und dann wird man auch belohnt. Dankeschön. Alles klar. Dankeschön. 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 Dankeschön.